Sich einen 75-jährigen Fassbinder vorzustellen, ist genauso absurd wie die Vorstellung eines 75-jährigen Mozart. Die beiden verbindet nichts, außer, dass sie nur 37 bzw. 35 Jahre alt wurden, aber in ihrer kurzen Lebenszeit ein ebenso umfängliches wie vielgestaltiges Oeuvre geschaffen haben. Wer als Künstler jung stirbt und dennoch ein großes Werk hinterlässt, in dessen zeitlicher Entfaltung so etwas wie eine ästhetisch-thematische Entwicklung sich zur geschlossenen Form zu runden scheint, suggeriert uns, wie bei dem sogenannten Salzburger Götterliebling, die tröstliche Illusion einer außergewöhnlichen Genialität des Frühvollendeten. Rainer Werner Fassbinder war weder Götterliebling noch frühvollendet. Er konnte nur nicht leben, ohne ruhelos tätig zu sein, um die miserablen deutschen Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, indem er ihnen immer wieder ihre eigene Melodie vorspielte. Dieses künstlerische und für ihn existenzielle Lebensprogramm reicht im Großen von den Bauernkriegen bis zur dritten Generation der RAF und im Kleinen, das seine Empathie groß machte, bis zu den demütigenden Gewaltakten in den Melodramen der Geschlechtlichkeiten. So sehr alle seine Filme, woher er deren Stoffe auch nahm oder selbst erfand, sich seiner künstlerischen Energie verdanken, so sehr konnte er viele von ihnen nur realisieren, weil zu seiner Zeit noch ein öffentlich-rechtliches Fernsehen existierte, dessen verantwortliche Redakteure als seine Produzenten den kulturellen Auftrag von ARD und ZDF noch ernst genommen haben. Wolfram Schütte